hallo meine lieben freunde wir sind zurück bei evoland schauen wir mal das wir jetzt fortschreiten schauen was uns erwartet in diesem neuen abenteuer wir haben hier geschlafen im hotel haben dann hier gespeichert und gehen dann mal weiter und versuchen dieses dorf weiter zu erkunden so mit dem jungen hatten wir schon gesprochen hier geht es denke ich mal raus da wollen wir nicht raus erstmal wir gehen erstmal ins nächste gebäude schauen was uns da erwartet ich weiß auch nicht warum die leiste hier unten ist aber egal stört ja erstmal nicht so hier haben wir eine neue truhe so stört uns doch so dog ausblenden irgendwas haben wir hier ach man händler wahrscheinlich gehe ich mal von aus tut mir leid der nationale schwertverband verbietet uns waffen an kinder zu verkaufen ok wir sind anscheinend noch zu jung hier mal eine e-mo zubereitet von ok man kann überall die bücher angucken mit dir haben wir auch schon gesprochen gehen wir ins nächste hause wahrscheinlich müssen wir doch an den brunnen so was macht ihr hier da ist der brunnen schauen wir mal ob wir noch was anderes finden können dann schauen wir mal ob wir noch ein hause finden ok dann gehen wir mal zum brunnen brunnen betreten ja im brunnen da ist der samen ja ich habe gegessen und ich werde erwachsen größer werden so aber das war doch noch nicht alles oder noch eine kiste worm ok eine karte nur was auch immer dann doppelzwilling ist aber hier können wir wieder hochgehen ok in den nördlichen höhlen wird irgendwas sein vor allem ist hier eure freundin bin ich ein mädchen ok ok da sind wir wo ist denn das kind von vorhin hier hier was jetzt erzählst du ok dankeschön und liebes kind ja ich habe den jetzt aber geholt so dann gehen wir mal nach rechts gucken was da so rum noch ist vielleicht lässt er uns jetzt durch weil wir ein erwachsener sind hallo hallo ah jetzt muss ich weil ich erwachsen bin kann ich mir jetzt was kaufen ich glaube hier war der shop guten tag gucken wir mal was verkaufen kann ok können wir das jetzt auch auswählen wie können wir uns denn ausrüsten ok ich denke mal wir haben einfach das schwert ok gucken wir mal ob er uns jetzt durchlässt ok unsere ausrüstung reicht nicht dann haben wir keine andere wahl als leveln zu gehen hatten wir keinen speierpunkt da haben wir noch andere sachen die wir hier erkunden können oh oh 50 gil einfach so mit dem miesen langschwert so irgendwas zu erkunden oh zwei davon zack ja ja töte uns doch so 100 gil ok ok ich glaube wir haben ja alles erkundet es gibt nichts anderes ein slime ich habe nicht meinen namen eigentlich wird auch mal zeit für einen namen aber wir gehen jetzt erstmal hoch so dreimal kämpfen wir hier noch irgendwas geheimes hier vielleicht nein dreimal noch noch zwei das ist sehr gut ach wir warten noch mal eine runde mein gott schadet uns ja nicht wenn wir hier jetzt ein bisschen umher gehen und warten bis wir noch einen kampf haben und noch mal ein bisschen geld verdienen oh imug imug mag ich nicht krass dieses schwert ist schon echt mies geworden dann rüsten wir uns mal aus dann rüsten wir uns mal aus dann erst mal speichere ich das dass er das nicht normal machen muss alles ja und wir erholen uns natürlich zack speichern ja wir wissen nicht was passiert wenn wir jetzt kurz weiter gehen weil er uns jetzt bestimmt rauslässt sprinten wir jetzt noch gut ok so dann gehen wir mal Richtung Norden und da gibt es eine neue Kiste erzwungener Kampf ich habe gehört wie jemand um Hilfe gerufen hat ach du scheiße gut ok ich dachte die töten mich aber zu stark sind sie ja dann doch nicht so 180 fleas gewonnen und ein neuer Charakter ja sehr gerne ich brauche einen Kastell aus der Höhle um mein Heimatdorf zu retten ja natürlich übrigens ich heiße Karis Karis yeah das heißt wir sind zu zweit und vielleicht braucht sie auch eine Ausrüstung ich habe keine Ahnung wie man jetzt ihre Ausrüstung bekommt aber ich speichere das mal ab ich habe jetzt keine Lust das normales zu machen dafür renne ich lieber doppelt ich weiß es ist auch dumm da gibt es Gegenstände und ja wir übernachten hier zu zweit übrigens uuuu sexy time und speiern ab und dann sage ich vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal tschau 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 tschau